hallo zurück zu feiern wenn sie 14 wenn ich mal über dieses gefahren ist noch kommentare like und abo da ich würde mich freuen für mich schon mal ansonsten ist weiter mit feind für die 14 jahre sind die letzten folge tribunen gewähren und die weiterentwicklung von picknir jetzt haben wir hinten zwei quests ich hatte gesehen dann braucht man es nicht meine vorankommen die leiste habe ich gefunden da gibt es bis zu zwölf glaube ich kann man machen einfach unter layout genau kurz zeigen layout man die treibers genau stehen nachher kommen kann man an machen oder aus machen aus und einfach nicht vergessen zu speichern du kannst auch noch 456 machen wir noch mehr mehr zusammenschieben alles mögliche layout kann man also noch kann hier alles mögliche auch das alles hier das alles das alles das alles kann man alles verändern kann man mitte schieben auseinanderschieben kleine größe macht transparent und so weiter und so fort ist sehr gut hier an feind für sie 14 wie gut wie bei anderen stimmen wie ww nur bei addons kann man das ein oder andere verschieden aber hier ist ein umspiel drin naja egal da sind noch zwei mal abgeben genau was hast du für uns ja ich bin der real ist für dich hier macht sich sorgen um uns beliebt von ihr du kannst sie ausrichten dass wir gesund und munter sind allerdings haben wir tatsächlich ein problem aus der grube ist plötzlich ein schwamm spörender steckmücken hervorgebrochen weiter machen uns die bis das leben schwer und behindern unsere forschungsarbeit kannst du hier in der nähe der grube nach ein bisschen suchen alle erschlagen befindest das hat die anderen wirklich vielleicht zurück in die ziel wo sie hingehört machen wir auch mehr gleich da kommen ab gibt ha 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 na das ist jetzt praktisch transliefern simplifikation wie bei dir hetero oder bdb gegenstand in einen anderen verwandeln vom aussehen her nur vom aussehen mann teurer sagt dass wir sagen bei jagd auf alte artefakte suche je nach zeugnissen einer vergangenen zivilisationen angesichts der größe der anlage stehe ich für eine gewaltige aufgabe ich vermute dass von uns hiermit inmitten der überraschenden wohngebiete und jüdischen stadt gelmora befinden aber fehlen der hand feste beweise meine theorie zu untermauern ja alte probleme erzählen kann man viel aber beweise sind besser so hat es schon mal ein beweis stechmücken sind hier jetzt auch hier sein geraufter noch was das ist noch was noch mal drei verdächtige schatten sind und stich mit und zum prozess machen wechseln sie auch noch mehr ok und jetzt die spartion sind nur 22 menschen 30 nach der stich mit mutter ein witz egal ist weg auch erledigt so ist einmal hier drüber das ist noch ein tongefäß das ist noch eins ist auch noch eins sehr schön da ist es ja wenn man zu oben am band sehen dann wird auch fertig vielen dank auf die kommunalen umstädt weiterarbeiten wir forschen die ruinen von ist vom haar die ein teil der antiken unterwischen stadt gelmora sind dunkelalben wie uns sieht das eine einmalige gelegenheit melde unsere vorfahren zu erfahren als liebt nicht tief die tief unter der erde in gemorra nach der ganzen aufregung haben wir aber erst einmal ein bisschen erholung für die natürlich sagen bitte überbringen wir in unseren großen seite ist es uns gut geht und wie das wie uns auf ihre gastfreundschaft freuen sondern dass mein bruder kann es kann man warten sie wieder zu sehen das ist ja schon wieder uns nicht gewonnen ich hoffe es ist dann eine suche mutter folge hat der faktor sind hunderte von jahren alt und naja nun ist es auch zu spät sagt ja was du gefunden hast ja wie ich vermute tatsächlich sind eindeutig über bleibsel von essgeschirr das sind wir mal verwendet wurde die markanten formen verziehung das sind kein zweifel aufgrund meine arbeit ist nur lange nicht erledigt aber dank dir bin ich ein ganzes stück weiter ein großer traum ist es eines tages diesen wieder leben als heimat für die vertriebenen dunkelalben zu restaurieren du deine gilt nur als war gebunden banditen aber wenn wir erst wieder ein feste bleiben zu einem und einen bescheidenen wurscht unter eigenen können sind wir zu überleben auch nicht mehr auf die bestand und ähnliches angewiesen und sich alles ändern wie das schrott wenn er das mal immer hier brauchst du stück so haben wir auch erledigt ja gut immer gleich vorne ist noch was die entelope entelope ja die nabige das war soweit jetzt aber jetzt klappt wenn man sie nicht schwächt ist natürlich immer sprechen viel stärker sehr viel stärker jetzt erst mal auch mal ganz schnell stirbt das feld hier ist ein boss das ist ein boss und qualifisch weiße die rocke die rocke ja ja die ist nicht zu verachten jetzt schon einiges braucht ja ach okay zwei stück kann man abgeben sehr gut fast wieder ach ihr papa limo machen hier jene danke für die gute nachricht selbst mir sehr betrübt wenn einem der bein etwas zu gestoßen wäre ihr bruder ist jetzt nicht ihr bruder finde ich noch kaum schlecht mit gleich begleiter war ja noch ein lüpfiges mal weg begleiter achten ist es mal hier aktivieren ja 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 da ist ja nutzen sagen wir sie da gelernt und möchte begleiter eine kleine stichmücke hier da ist auch niedlich zu klein mein gott ja ich sehe ein guter stube ja na all die abenteurer händler und handwerker die hergekommen ist was man vorstellt dass wir ein zweites zu hause sobald schlöpfer von der pika schalke mir bestes mit weil sie sich ja manchmal müssen wir selbst wunderschutz sorgt die erste weg zum horst wieder frei vielen dank da habe ich die nahe wie gar nicht die lupe der neue quest habe farbe klar ohne ende na ja der horst ist teil des waldes und auf seinen schutz angewiesen deshalb ist es wichtig dass wir uns in der wald kümmern die im respekt der weise eine zentrale rolle dabei spielen die baumstraße als süßes waldes mit einer dieser hülsenden agenten verwirkt könnte auch sagen stirbt einer weisen wie ihm mit einem opfer ritual die letzte ehre möchte ich bitten dieses opfer ritual für einen baumstatt durchzuführen da war als erstes antiluppen eingeweide von vier antiluppen da brauchst du noch zwei fliegen fallen blüten von dämonen fliegen fallen die opfer haben nichts sondern an der opferstelle von einem blick baum schritten und ist er vor die knie und die müde ist weil es respekt soweit glaubt mir warum schritt mag bloß noch eine leere hülle sei auch so weit mit einem guten wünsch deinen guten bilden spüren nur bei er gestorben ist eine andere zieler noch dran glauben man sieht cool noch na ja die mondscher sind gut nicht nur bei den guck schon nein los ein haben wir eine punkt dann haben wir nach die antilopen eingeweide das war tot von cloud den übrigens auch viel wie alles ja 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 Oh, tschüss. zwei stück macht man auch noch schnell fertig und noch einer uns auch noch er auch geliebt und jetzt haben wir schon mal nach außen rum latschen ok dann macht man dich locker wo geht schneller liegen kann man ja nicht aber schon mal reiten ist wenn man fliegen konnte weil sie gar nicht mehr bin wir auch schon aus machen ja alle quests alles achte von ist ja welke baum schratt nichts mehr von mir ok und knien jetzt zurück kann man mal wo es sein was schließlich übrigens hier drin ist wenn man bade lernen möchte muss man hier mit ihm reden die hantel so nebenbei als die opfer gaben dargebracht joha wie der bomb schreit in die diese ihre wiesen hast weil ich immer weg zugelegen der katastrophe erlebte der wald verheerende pänderungen der baum schritt verlor alle lebenskraft und verkümmerte verannteuren wegen baum schreit jeglich baumartige monster sein aber viele von uns verehren die sekretäre tun als welche des waldes wenn immer ein neues leid in wald befällt bringen wir den baum schatten opfer gaben da beten für die euro ergehen der schutz ist nötig mit sofort gab es in diesem land so viele bilder koppels und dergleichen auch fertig und 31 so kann man noch denken noch ein paar immer danach hier geht man danach hin erst mal hin nach mühlenbruch kommen auch vorworten aber das stückchen hier so blöd sind sie kräftet eingehen da kräftet schokoverleiher kann man es eigentlich sparen oder nehmen meine frau dieses menschen müde aus wir müssen mit einem krebsgenreizier du bist was dann lieber uns liegt richtig wenn sich mal welche richtig raus lassen können nein das baue ich aber schon mal weg so allein der könig der bilder wenn sie eine hilfe gebrauchene anteurer werden große probleme mit wilder an die den ganzen markt mit fallen spicken die bilder jagen nicht zur selbstversorgung wenn ich auf kosten der natur zu bereichern ist das stören das natürliche gleichgewicht im finsterwald außerdem sind die freunde mittlerweile so raffiniert versteckt dass sie auch eine gefahr für die bewohner für müdebruchs erstellen vor allem für kinder die achtens in der näher der siedlung spielen wenn uns helfen kann könnte es die fallen auf sich bunder einzusammeln wäre mir unendlich dankbar weil sie dabei einige verruchten wilder über den weg laufen sollten macht ihr am besten gleich mit uns schädlich so drei fangeisen so machen welche etwa apfelkörtchen apfel sind wirklich keine apfel plantage nördlich von mühenbruch passons äpfel benutzen einfach köstlich herrlich sauer und süß fast wie die erste liebe gerade sind sie ente zeigen können es kommen erwarten ist der platten taschenbesitzer fox und seinen volk wenn von körper nach mühenbruch kommt allerdings habe ich gehört dass sie erst in dieser saison ein ente vermangelt man hilft ihm nicht wenn du zeit hast auch noch das machen kaspert mein großvater war der dorfvorsteher von ast astelfingern leider war es nicht vergönnt noch einmal in seiner heimat zurückzukommen bevor er verstarb weil sie sich solche sorgen um seine familien schatz die astfinger kriegsachs gemacht die akte jetzt achtlos von diesen rotbauchwesten zum speisen von holz verbindet sie müssen nichts von ihrem wert und ich fände sich auch nicht darum ist eine scheine wenn ein tapfer abenteurer wie du sie doch nur zukommen könnte das rotbauchnest ist vermutlich ein begriff nicht warmteurer aber du wusstest du auch dass dieser banditen und das schlupf früher einmal ein ganz normales dorf war in dem er schatten und wiesländer fritisch zusammenleben sein name war astelfinger während der sieben katastrophe von die bewohner doch als sie nach zahlreichen entwähungen ausgemergelt zurückkehrten hatten sich bereits diese elenden westen in ihrer heimat zu weit gemacht und versuche die banditen zu vertreiben ein bisschen leider folglos die spieler der westen sind gerissen schaffen es jedes mal eine pläne sich kreuz du hingegen andere trägt sich die farben des klagen riemanns ich wünsche nicht sofort das feind erkennen vielleicht bisher gewillt ihr feind zu werden reichlich neue quests dann habe ich alle da oben ich rück nur macht verbrecherisch naja versuchte misst endlich meine an die vermalte seiten bilderinnen am schlappischen einem wissen ja mir wird vom klagen mit es beschämend abenteurer seit man diesen plötzigen befalle könnte ich etwas bei ihm ich könnte etwas hilfe beim einfangen der unholding gebrauchen kann auch nicht weit gekommen sein dass man das dürfte ich kämpfen zum aber alle ach so sich irgendwo versteckt sie weiß ich noch wo das weiß ich nicht mehr ich muss hier im dorf sein ob unten sein ist klar ohne weger bringen ich bin gleich so einfach um hier ist nix jetzt gar nix oder wenn ich nicht über leite nach außen untergehen kann man das ist ja ich sehe ich an dass mich laufen ich über zusätzlich mich mit diesen bildern eingelassen habe auch so schaust im grunde der bruder schwer krank und dringend blöd sich nur eines der teuren mittel als mist aus ulder was können wir uns nicht leisten die wahl ist die bilderin zu verdienen bei jeder falle die aufstellt haben mir das hat mir selbst bespreche dass ich mich lieber mit diesen leuten einlassen werde aber noch eine chance sei es nur meinen bruder spiel wir aus wie man sofort ab es ist auch erledigt bildergebieter die verletzten den wald und verlachen unsere warnungen weil das niemals dulden wir haben wir auch hinterher rumpus kookern ja machen wir ja das erste die so weiter geht es auch wenn ich will ich nur guter um von meinem christlichen obst zu lassen was mir bei der ernte helfen da sagt ich nicht nicht nein einige äpfel sind schädlingen befreundet und kann ich nicht gebrauchen gibt also acht was in dem korb land verstanden yo yo was plat Das war's für heute. da ist nix ach da ist nur einer sagen fehlt auch einer das war klar ist das müssen wir mal ein gegner so zufrieden ein bisschen fertig schlusser stellen als das klagere argument erlaubt das gute sorge am teurer diese frische sind für höchste qualität wenn jemand für du eines teils meine plantage übernehmen würde ich ruhig gewissen ist den liffel abgeben überlegst ihr sammeln geschickt auch ein ja auch nicht oder verkaufen der wald war gut zu tun zu mir dieses jahr eine reiche anzeite ich schon lange nicht mehr dafür muss ich mich erkenntlich zeigen kann ich meinen gefallen tun und die müde dieses wald stück ist eine passende platz opfer bringen auf dem rückwirkung schon gleich nach kastelein im mühlenbruch an der äpfel vorbeibringen werden allein beim einblick die lecke bis zu trainieren steigen noch mehr strauchdieb strauchdieb glinxler und ein spa er die drei hier ja ja haben vom fall um ja gut doch aber das auch geliefert einmal nach dem bruch da ist er nur sprechen sie haben keine ahnung gibt es drei europäische ausschalten ausgezeichnet konnte die entscheidenden lücken in ihren beteiligungsringen geschlagen haben wenn er fort einen angriffspaner außerhalb ausarbeiten dafür konnte stärke geschützt wird immer stärker aber es nehmen müssen nämlich hat man für 15 sekunden glaube ich mehr stärke stärke langweil 15 sekunden um 16 prozent 15 sekunden richtig viel was man schnell vorbei es müssen als nächstes dahinter unten noch einmal da oben aber das sind viel mehr sie was in der nächsten folge von freundlich 14 ist dahin schön mit